hey was geht herzlich willkommen zu einem neuen vlog auf meinem kanal es ist schon lass mich kurz nachrechnen es ist mittwoch der 19.07.2017 und ich habe absolut keine ahnung was ich heute mache es ist sehr spät schon eigentlich so halb sechs halb vier meine ich natürlich und ja ich gehe jetzt wahrscheinlich gleich in unserem pool und wir haben heute schon einiges gemacht aber ich weiß nicht so ja ich werde wahrscheinlich in unserem pool gehen und ich habe keine gopro aber ich kann euch ja trotzdem mit an meinen pool leute ich kann übrigens auch zaubern wie alle blogger auf dieser welt deswegen passt auf ja so gehe ich halt immer in den pool und deswegen kommt mann so Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin jetzt schon seit ein, zwei Stunden wieder drin und ich muss ehrlich zugeben, es ist echt ein schlimmes Wetter heute. Ich weiß nicht, mir geht es gar nicht so gut und alles. Ich habe auch nicht so allgemein irgendwas gegessen, deswegen werde ich das vielleicht jetzt mal tun. Ja und keine Ahnung, es ist allgemein nicht so das gute Wetter. Also schon mega Wetter, aber es ist halt viel zu warm irgendwie. Ich weiß nicht. Und ja, mal schauen, was ich jetzt mache. Okay, ich habe eine Idee, was mich jetzt komplett retten kann und zwar ein Eis. Und ich glaube, ich würde mich auch retten. Du musst mich jetzt retten, Eis. Das würde mich sowas von retten. Und jetzt wird erst mal entspannt. Ich glaube, ich weiß nicht. Wow! Ich kann wirklich nur wow sagen, weil dieser Vlog einfach so gut geworden ist. Ich habe ihn jetzt ja geschnitten und es ist Freitag und er ist einfach so gut geworden. Und ich glaube, das war der beste Vlog, den ich jemals gebracht habe. Und für diese Leistung wäre es echt nett, wenn ihr mal einen Daumen oben da lassen würdet und vielleicht auch abonnieren würdet. Das würde mich unglaublich freuen. Und wenn ihr jetzt wirklich abonnieren wollt, dann könnt ihr das hier machen. Und ihr könnt mein letztes Video hier anschauen. Und ja, dieses Video ist echt gut geworden. Gebt einfach mal einen Daumen nach oben und macht das hier beides. Ja, wir sehen uns demnächst mal wieder.